I am a hungry man! Wenn die Chad-Forschung weitergeführt würde, erhielten wir sicherlich die ultimative biochemische Waffe. Ach du Scheiße! Ah! Arsch und Essen! Wie ist das, Mama? Oh! Oh, 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 boh, oh, 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 oh. Der Typ ist ganz schön mutig. Komm mit, Katie. Ich beuge euch. Oh Gott. Hey. Nein! Das war's.